Hey Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Wir sind zuletzt durch diesen Gang hier gekommen und da vorne sehen wir auch schon ein paar Ameisen. Ich habe es übrigens mal gewagt, einfach im Hintergrund zu rendern. Och nö. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich hoffe, dass es läuft. Oh herrlich. Kannst du dir nicht noch ein anderes Ziel nehmen? Vielleicht ist die T-Kanone gar nicht schlecht. Na komm. Nicht ruckeln, nicht ruckeln. Das darf jetzt nicht sein. Komm. Och man. Ich komme nicht weiter runter. Das ist blöd. Ich werde das ändern müssen. Mist. Ach man. Es tut mir gerade leid. Komm schon. Oh, das ruckelt voll doll. Toll. Aua. Leute, ich mache mal kurz einen Cut. Einen Moment bitte. Ähm. Ja, sorry. Das hat gerade so geruckelt, dass ich jetzt einfach mal kurz eine Pause gemacht habe. Wenn das jetzt wieder nicht geht, mache ich einfach einen Cut und warte, bis der Part im Hintergrund fertig gerendert ist. Weil, das will ich mir und euch auch nicht antun, dass das hier nicht so flüssig läuft. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe halt die Partition. Ja, wir sind gerettet. Ihr seid frei, meine Freunde. Juhu. Ich höre auch die Schweineschnauze die ganze Zeit schon. Oh. Juhu. Okay. Oh, viele goldene Zähne. Ja, ich habe die Partition oder wie man das nennt, halt auch noch geändert gehabt. Und über die läuft das halt nicht so flüssig wie über die andere. Warum, weiß ich gar nicht. Und ich habe das jetzt einfach mal gewagt, weil ich noch so viel aufnehmen will und schaffen will. Und wenn das jetzt halt nicht klappt, klappt es halt mal nicht. Dann mache ich eine Pause und spiele natürlich nicht offline weiter, sondern warte einfach, bis es fertig ist. Und ja. Wo ist denn jetzt die Schweineschnauze? Ist die da oben? Oder ist das so eine unsichtbare? Warte, die sehe ich nur, wenn ich mich klein mache. Und komm. Ne, die Schweineschnauze. Ich sehe das schon, komm. Das wird nichts hier, was hier düdelt. Ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Sorry, sorry, sorry. So, da bin ich wieder. Das tut mir sehr leid, dass das jetzt so blöde lief und so ruckelig. Ich denke, das wird jetzt aber besser laufen, denn der Part ist fertig gerendert und ich habe diese Partition auf dem PC wieder geändert. Und alles wieder, denke ich gut, bis auf die Frage, wo ist die Schweineschnauze? Oder habe ich sie noch nicht entdeckt? Hm. Ich höre sie aber hier in der Nähe. Hm. Oh, hier ist sie irgendwo. Ah, direkt vor meiner Nase, alles klar. Sehr schön. Okay, das war die Schweineschnauze. Hier war sie versteckt. Aber, lieber nochmal umgucken. Was ist hier noch? Ohlala, kann man hier aber hoch springen, womit man vorher gar nicht so rechnete. Die Dinger werden bestimmt auch noch angemacht, diese Kessel. Und hier gibt es wieder Gegner? Jo. Jo. Mann, sind das viele. Pfeffermühle. Pfeffermühle. Aua. Na komm raus, Köpfchen. Das war die Spiegel. Alles klar. Das war die Spiegel. Na, das war die Spiegel. Oh, hier ist für die Spiegel. Oh, hier ist's. Oh, hier ist das Stimm. Oh, hier ist es zum Beispiel. Wo ist das hier? Oh, hier ist das hier? Oh, hier ist schon, hier. Oh, hier? Ah, hier ist es schon mal. Oh, hier ist das hier? Komm raus, komm raus. Mann, ich will die jetzt endlich loswerden, die Viecher. Die brauchen so lange. Nervt ein bisschen. Klatsch. Oh, die kriegen mich auch immer, ne? Sag mal, wie kann man die denn am besten töten? Als ob die immer wieder kommen. Stirb. Er wird mir auch noch angezeigt da unten. Der ist ja immer noch nicht tot. Ach, nervig. Nervig. Leute, ich hab keine Lust mehr. Ja. Aua. Und wenn du es einfach bleiben lässt, Mädel, ich meine, einfach flüchten, kann ich das nicht? Ich hab das Gefühl, ich krieg die eh nicht tot. So. Komm. Hopp. Hopp. Weg da. Genau, wir hauen einfach ab. Einfach flüchten. Ja, jetzt beschießen die mich während die Kamera läuft. Ich hasse das. Ich weiß das ganz genau. Ah, weg da. Alice. Weg, 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 weg. Ja. Was hab ich gesagt? Ja. 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 Komm, schieß. Schieß. Stirb, 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 stirb. Ich glaub, er ist weg. Ein bisschen hab ich was geschafft, aber es bleiben ja so viele. Von daher, weg da. Plattform. Soll ja wohl ein Witz sein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja. Wenn sie dann nicht aufsteht, kann ich auch nichts dafür, ne? Weg. Jepp, das hab ich mir fast gedacht. Das war's gleich. Ey, ihr könnt mich langsam mal. Plattform, 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 ich sterbe. Ich weiß nicht, was ich machen kann, um die Viecher zu töten. Ehrlich, das, ähm, ärgert mich gerade extrem, weil ich hasse es einfach, wenn man nichts machen kann. Das ist schon ein bisschen scheiße. Was mach ich jetzt? Ach so. Das Ganze nochmal. Nervig. Aua. Ja, nee, nee, ist, ja, ist, klar. Ja. Ich beeil mich einfach mal. Der Hinweg geht ja noch. Zieh an der Kette. Boah, ich hab Angst, hier zu stehen. Echt. Aua. Beschießt mich ruhig, während die Kamerafahrt läuft. Ist okay. Ja, ist okay. Mhm. Ja, ja, ja. Okay. Die beiden hab ich hingekriegt. Das ist schön. Den hab ich auch hingekriegt. So, und jetzt hopp. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Ich will. Leck mich. Und du da hinten auch. Plattform, 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 Plattform. Beeil dich, beeil dich. Weg da. Echt. Einfach weg hier. Ist mir egal. Oh. Ja. Die machen mich noch platt. Ich sag's euch. Hoch mit dir. Rüber da. Wo, 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 wo? Okay, hier haben sie mich grad nicht. Find ich gut. Find ich gut. Oh, ein Schlüsselloch. Da will ich hin. Iiui. Oh, einmal wenigstens kurz in Sicherheit sein. Ey. Meine Güte. Alice, back dich nicht in der Ecke fest. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorben. Vergessen ist eine Kunst. Ja, so kann... So kann man das ein bisschen vielleicht auch deuten mit diesem ganzen Verfall hier. Ja, komm raus. Damit ich dich schießen kann. Zeig deinen Mistkopf. Bitte schön. Kriegst eine Packung ab. Ganz ehrlich. Jetzt will ich aber doch nochmal nach oben, ne? Oh man, wie komm ich da hin? Hier, so. Den hier. Und... Und dann hier rüber. Oh mein Gott. Das war jetzt aber auch wieder eine Aktion. Komischer Part. Hier ploppt dann gleich so ein Ding raus. Ist hier noch ein verstecktes Dingsbums. Danke für die Heilung. Es war aber auch schwer. Hallo. Du bist frei. Sagst du auch was dazu oder soll ich dich töten? Du bist doch frei jetzt. Ja. Die anderen haben sich wenigstens gefreut. Danke, wir sind frei. Und du sagst gar nichts. Irgendwas noch vergessen? Ich glaub nicht. Bloß weg hier. Ja, schleichender Verfall. Leckmilch. Noch was übersehen? Ich hoffe nicht. Gut. Sehr gut. Ab die Post. Die dankbaren Tüter wurden ihrer Dankbarkeit meist bündig zurück. Okay. Mhm. Haben wir denen jetzt allen geholfen, ja? Heilung, Heilung. Bloß Heilung. Möchte nicht nochmal wegen so einem Blödsinn. Ich hab mich halt auch zu lange aufgehalten mit denen. Das war halt auch der Fehler. Ich dachte halt, ich könnte die irgendwie besiegen. Möchtest du mir noch was sagen, Katze? Nö. Jetzt hat sie alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, betet mal. Oh, das ist auch cool hier mit den Fächern jetzt. Dass man über die Fächer springen kann. Na, wo soll ich denn lang? Oh, eine Schnauze. Ich sehe dich von weitem Schnauze. Schnauze. Das ist ja gar nicht die Pfeffermühle. Schnauze gepfeffert. Und dann dreht sich der Fächer, okay? Mhm. Also muss ich eher so rechts rüber, damit ich da hinkomme. Na, dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt hier hinkriege. Dass ich mich nicht verspringe. Das war doch jetzt aber schon wieder zu, zu, ne? Oder? Hm, wie mache ich denn das? Ich muss ja irgendwie eine Runde drehen, damit ich da hinkomme, oder? Ich bin ja viel zu weit weg schon. Oder nicht? Hm. Oder soll ich da hinten? Nee, da hinten? Da hinten geht es irgendwie weiter. Ich weiß nicht. Irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich will da hinten, muss ich hin. Da ist auch eine Erinnerung. Wie komme ich denn da hin? Hä? Den Sprung schaffe ich doch gar nicht. Ach, hier. Ah. Ah. Ich verstehe. Hm. Da muss man ja schon wieder erstmal drauf kommen, hier. Unsichtbare Dinger. Zis. Und ich dachte schon. Das ist bestimmt der Fächer, der sich gedreht hat. Und jetzt komme ich da auch ran. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetzt mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Oh, die hat aber auch echt voll Druck gekriegt immer. Und Alice verarbeitet das natürlich wieder mal auf ihre Art. So, jetzt kann ich aber den Weg entlang hüpfen, den man eigentlich entlang gehen soll. Schubs. Geschafft. Sehr schön. Und ein Schlüsselloch. Ich hab's gefunden. Huch. 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 Eine Flasche. Wo geht's hier lang? Was ist hier Schönes? Einfach nur ein paar schöne Extras noch, ne? War unter mir noch was? Ich glaub nicht. Ne. Wir haben diese leckeren, lustig aussehenden Pfirsicher. Wo ich irgendwie jedes Mal Appetit drauf bekomme, wenn ich die sehe. So, auf die Bombe auch noch. Das schaff ich noch. Das schaff ich da auch noch. Hui. So. Haben wir's denn. Noch irgendwas? Nein. Ich will jetzt nicht zu übermütig werden, weil ich jetzt so viel Schönes gefunden habe. Aber da ist auch schon die Speicheruhr. Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part von Alice Madness Returns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.